Wenn es ein Junge wird. Was, was, wie vorzogst du denn? Ralf. Dir bevorzugt Ralf. Raimund. Raimund. Raimund ist schön. Raimund? Raimund? Axel, Raimund. Raimund. Ja. Oder Robert. Raimund und Rebecca. Wie heißt Sigrid die Nachnamen? Schuld. Schuld? Schulz oder Schuld? Hier haben wir dann noch den guten Axel. Raimund Schuld. Was sagten wir uns? Raimund Lutscher. Ja, fand ich das natürlich ganz interessant. Raimund Lutscher. Lothar Lutscher. Und Georg, das alte Lester-Maur, natürlich auch wieder in der Ecke. Du musst aber mitmachen. Ganz klar. Hast du denn deinen Namen? Hübsst du auch deinen Namen denn an? Oder welchen Namen mit denen an? Welchen Künstlernamen? Die gute kleine Claudia. Hey, Claudia dreht sich mir ja schon den Rücken zu. Na du, na du. Hallo. Das ist noch nicht, ne? Nee, nee. Bitte erinnere mich irgendeine Roller. Ich nie meine Videorekorder mit einer Roller. Und dann auch mal. Das ist der Axel. Wo ist er denn? Axel, geh mal ins Licht. Sag mal ein paar kluge Worte, dass er sich freut. Demmit gratuliere ich. Wir haben ja mit irgendwelche Saufschweine hier in Wierflaschen stehen gelassen. Sag dem Lothar mal was hier rein. Was denn? So. Da müssen wir jetzt den Text verlegen. Soweit du schon immer sagen wolltest. Jetzt hast du die Gelegenheit. Musst aber ins Helle gehen. Dann kann er, er hat Schwächen. Das ist eine schwache Kiste hier, die er gekauft hat. Er wird wieder das Ohr hauen lassen von eigenem Futter. Dann schenkt er mir den Kinderbett. Vom Axel kann man nur gar nicht genug kriegen. So. Dann kann ich mal ein Kinderbett aufbauen. Wurde mir. Schnapp gut. Was habt ihr denn gewohnt? Ich habe ein Tierbett geholt. Schnapp. Jetzt? Ja. Da haben wir die liebe kleine Claudia mit den netten Sachen von Lukas. Wie nett ist es für mich. Bitte auch ein Handy. Jupp. Hier. Ja. Wie heißt der Kleine nochmal? Mensch, aber nicht. Fein. 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 Im Hintergrund, wie immer, Georg mit passenden oder umfassenden Kommentaren. Also eins muss er uns doch versprechen. Wenn es dann um die Namen geht. Wenn es dann um die Namen geht.